Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Lebensmittelhändler oder Bäcker. Um, ja. Irgendwo hier draußen? Sam! Muss auch noch der Kleine sein. Sam! Ach toll. Mach mal hinten. Hey, Baby, da bist du! Wo warst du denn? Wo warst du denn? Komm! Hast du ein Spiel? Komm! Komm rein! Ach, du bist ruhig! Hast du dich versteckt? Klappe! Lass ihn mal rein, Tschudi! Geh mal rein! Fräuchten muss mal... Schnee schippen! So! Erstmal wieder frei! Mann, Mann, Mann! Hier auch! Da auch! Hier geht's auch gut! Und wenn der Wind gefühlt alle zwei Sekunden die Richtung wechselt, dann sieht man so aus. Beim Schnee schippen, schieben, fräsen. Ich geh jetzt erst mal einen Tee trinken. Tada! Der Truck ist da! Das heißt, Mirko ist zu Hause. Allerdings... Es ist hier ganz schön einsam im Ehebett. Das ist Schuggis Decke. Ja, genau! Wir Mädels schlafen hier oben ganz alleine. Und die Männer, ja, auch du, Verräter, sind ausgezogen. Ich bin nur noch tagsüber hier. Ne? Du bist nur noch tagsüber hier. Amts bist du bei Herrchen. Das ist das Nachtlager der Jungs. Das ist das Nachtlager der Jungs. Ja, das ist nicht nett. Mir sagt, du bist ausgezogen. Ich hab noch was an. Wir Mädels schlafen da oben ganz alleine. Jede Nacht. Ihr seid nur tagsüber bei uns. Ja, wir schlafen getrennt. Ja. Es hat lange gedauert, aber wir wussten es jetzt leider, es geht nicht mehr anders. Ja. Ja, krank ist er. Ja, ich war schon lange nicht mehr so krank. So richtig. Morgen geht es zum Corona-Test. Ja. Und du? Und du? Spinner. Sam, komm hier. Aber, naja. Zum Glück haben wir ja zwei Schlafzimmer. Und zwei Ebenen. Man filmt keine Kranken im Bett, einfach ohne zu fragen. Das ist frisch. Darf ich es nicht filmen? Nein. Zu spät. Sagst du, ist das als YouTube-Star? Da musst du durch. Man muss auch mal die schlimmen Seiten zeigen. Ich will doch einfach nur kopieren. Na ja. Männerkrippe ist ins Best. Mö. Ja. So. Aber, dass der hier, der Verräter, dass der hier unten schläft, heißt ja nicht, dass ich den nicht füttern muss. Ja, das kannst du machen. Und Gassi gehen mit dem los. Ja. Ich nehme den nur zum Streifel. Genau. Tja, Sam, jetzt warst du ein bisschen doof. Jetzt hat er den Ball direkt zu Schuggi geschoben. Und die steht da jetzt wie eine Herrscherin über dem Ball. Genau, du musst viel trinken. Ja, doch. Weil Wasser rettet uns alle. Wasser macht uns gesund. Das wissen wir ja alle. Ja. Schuggi, gibst du das Hemden den Ball wieder? Mach dich raus. Na los. Mach dich raus, hat er gesagt. Komm. Geht das schon wieder los. So, 2 Grad plus. Hier ein ganz komischer Himmel. Ein bisschen windig. Jetzt geht er kacken. Ja, kann nicht spielen. Jetzt geht er kacken. Oh, oh. Verdammt. Ja, können doch meine Schweine haben gehangen. Sie verrät er sie. Ich habe da ein Auge für. Oh, hier ist Lacken. Oh, ja. Langsam. Langsam. Ich fiege ja immer die andere Seite. Auto. Sam. Also 2 Grad fangen wir gar nicht so richtig rüber, oder? Weil ich die Wolken, weil die Sonne so fehlt. Der Himmel sieht aus wie ein Meer in der Karibik. Ja. Weißer Strand, türkises Wasser, dann immer dunkel werdendes, wer denn deres Wasser. Einfach nur warme Gedanken machen, dann glaubt man das fast. Oh, ich finde es gar nicht kalt. Oh, ja. Aber ich habe ja auch eine schöne, barme Jacke on. Ja, ich nicht, oder wie? Tada. Ja, habe ich aus Deutschland mitgebracht? Du siehst doch kein Mensch irgendwas. So macht man das. Habe ich aus Deutschland mitgebracht? Ja, ich sehe aus wie ein echter Kanada, weil ich eine Jacke aus Deutschland anhabe. Macht überhaupt keinen Sinn. Oh, oh, oh. Hier. Na ja, macht ihm aber nix. Eben verplättet. Sugar, komm hier. Komm hier. Also, die sackt bestimmt gleich ein. Oh, oh. Fein. Wir haben es gesehen. Das war eine zärtliche Annäherung. Ganz bestimmt. Oh, Sam, das hätt's jetzt mal nicht versauen sollen. Also, du bist nicht geräumt. Entschuldigung, komm. Tiefschnee liebt er ja ein bisschen, ne? Ja. Bleibt mal hier, Sam. Und weil es so schönes Wetter ist, gab es für die Hühner noch eine Runde frischen Torfmulch. Und es scheint zu gefallen. Ne? Geht's euch gut? Ich hole euch mal noch frisches Wasser. So, hier der Weg ist auch ein bisschen schön zum draußen rumlaufen, damit man sich nicht die Füße verkühlt im Schnee. So, als echter Kanadier. So, mal wieder den Grill anschmeißen. Hier überall Schnee liegt. Ich hab' hier so ein bisschen geräumt. Und es sind nur knappe 0 Grad. Das ist ganz erträglich. Du würdest gerne spielen, ich weiß. Aber eigentlich hast du viel zu viel Schiss. Und das ist nämlich ein kleiner Schisser. Ich war jetzt wieder eine Woche zu Hause. Also von Montag bis Sonntag. Heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Ich hab' meine Erkältung so halbwegs noch nicht ganz auskuriert. Aber ich muss wieder los, weil von nix kommt nix. Wieder ein Nachteil eines Truckers in Amerika. Von nix kommt nix. Auch wenn man noch nicht super fit ist. Man muss ja ab und zu mal ein bisschen fahren, um Geld zu verdienen. Aber ich beschwere mich nicht. Alles gut. Ich bin gespannt, ob sie Ladungen haben für mich. Ich hab gestern mal gefragt, ähm, am Freitag gefragt, per E-Mail, wie die Woche gelaufen ist. Ob sie genug Ladungen haben. Dann meinte, ja, Richtung Süden war ganz gut. Zurück war auch alles in Ordnung. Eintrag hat keine Reload gehabt. Aber den haben sie dann leer nach Hause geholt. War ein Company Driver. Und, äh, von daher denke ich mal, dass ich vielleicht eine Ladung kriege morgen. Warte dann früh auf den Anruf, wie immer. Und dann springe ich wieder los, wie so ein Feuerwehrfahrer. Und dann fahre ich wieder mit meinem Pitterbild durch die Gegend. So, los jetzt. Oh, na. Oh, na. Oh, na. Mh, na. Mh, na. Mh, na. Danke, danke, danke.